Heute nochmal etwas dicker anziehen, mit Regenschirm versehen, trotz allem 180 verschiedene Attraktionen für fast alle Generationen. Ich wünsche uns trotzdem einen, ja, schönen kalten Markt, helle Markt, ja, kalten Markt, weil es ja auch kalt ist. Ich wünsche uns trotzdem einen, ja, schönen Tag, ja, schönen Tag. Wir sind sehr zufrieden, wir sind ausverkauft und auch die Kunden waren sehr freundlich, wahrscheinlich auch dank dem schönen Wetter. Die Leute waren gut drauf, Eis hat geschmeckt, alles in allem war es immer gut, genau. Ja, war schön was los, Hüpfbodenknalle voll, so wie das sein soll. Die Bottles waren super, Wetter war toll, im Großen und Ganzen super. Heute war es sehr gut, die Leute waren nett, war alles sehr gut. Heute war es sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020